Einen wunderschönen guten Abend, liebe Fußballfans und herzlich Willkommen zum neunten Spieltag der FIFA Bundesliga. Heute mit dem Topspiel des Tages, beziehungsweise des Spieltages, Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Schalke 04. Es ist ein Topspiel, wenn man die Namen sieht, absolut, schaut man sich die Tabellensituation an, sieht es eher aus, wie wenn ein Europa-League-Aspirant gegen einen Mittelfeldmann spielt. Leverkusen aktuell auf Rang 6 mit 13 Punkten und Schalke mit 2 Punkten dahinter auf Platz 9. Das ist noch nicht das Wahre, für beide Teams nicht, das wissen sie auch selber. Aber deswegen werden sie heute hier umso mehr versuchen, sich die 3 Punkte zu schnappen. Schalke hat, sagen wir es so, die Motivation eher auf seiner Seite oder den Augenblick, wie man so schön sagt. Schalke mit dem 2-0-Sieg letzte Woche gegen Hertha und Leverkusen hat noch ein 3-3-3-0 verdendelt. So, Ausstellung. Lenu im Tor davor, Jedweit, Toprak und Spahic und Wendel, genau, Lender und, äh, Lender, Bender und Reinhardt sind defensiv im Mittelfeld davor, Keller, Bella Rabi, Chalanoglu, Son und Kiesling vorne, Keller Rabi, Alter, was ist denn los? Schalke, Fehrmann im Tor davor, Ushida, Höwedes, Arjan und Daobo, Neustädter mit der Doppel-Sechs, äh, Quatsch, Neustädter und Höger mit der Doppel-Sechs, Entschuldigung, Chubomoting, Draxler und Meier, äh, die offensive Dreierkette und vorne Klasse in Hüntelaar, also beide Teams im klassischen 4-2-3-1-System. So, wie gerade erwähnt, äh, Schalke letzte Woche mit dem relativ souveränen 2-0-Sieg gegen, äh, Berlin und Leverkusen führte zur Pause 3-0 gegen Stuttgart, sah wie der sichere Sieger aus und hat das Ding noch verzockt, 3-3 nach 90 Minuten. Max Meierls hier setzt sich schön durch erstmal, aber der Pass auf Hüntelaar ist eher tempo-raubend, Hüntelaar setzt sich durch, Hüntelaar probiert's! Erste Chance, nach knapp zwei, äh, nach gut zwei Minuten für Schalke, aber der Ball dann doch deutlich drüber. Ushida, na, kriegt der Ball dann nicht bescheid weg, Son, kein Absatz, seit des Matches eigentlich bis zur Pause, er kriegt jetzt hier das Foul zugesprochen. Und es gibt Gelb gegen Ushida, das ist völlig überzogen an dieser Stelle, gucken Sie sich das doch mal an! Das ist ein etwas ruppigerer Zweikampf, also Entschuldigung, da kann man bei Gott keine gelbe Karte geben, ist schon gar nicht nach sieben Minuten, oder wie viel wir haben? Vier! Aber es gibt den Freistoß, Bellarabi, Hüger klärt. Und nochmal Bender mit der Schusschance, vielleicht Bender, nein, Schalke ist da. Und Spahic, Hüger gewinnt das Duell, kriegt er den Ball auch gut weg? Nein, direkt auf Kiesling. Chala no glue, Chala no glue immer noch, und hier wird es klärt. Schalke verzichtet heute übrigens bewusst auf Kevin Prince Boateng und auf Sidney Sam. Beide auf der Bank, Sam darf also nicht direkt von Anfang an gegen sein Expo Brandnix das Foul gepfiffen. Wir haben glaube ich heute eher einen kritischen Schiedsrichter. Gucken wir es uns an. Joa, kann man pfeifen. Also es ist durchaus munteres Spiel hier in den ersten Minuten. Jetzt vielleicht, nein, Ushida ist da. Für Ushida ist es vielleicht bitter nach vier Minuten bereits verwarnt. Und das als Verteidiger. Draxler. Julian Draxler bleibt hängen. Neustädter mit dem weiten Ball in Richtung Kiesling und Sonnen. Kiesling hat ihn, aber Schalker sind dazwischen. Neustädter. Was macht er mit dem Ball? Neustädter schickt Ushida. Ushida, Ballbehandlung nicht ideal. Kann sich deshalb auch nicht durchsetzen. Spahic dazwischen. Aber dessen passt auch direkt wieder in die blauen Reihen. Reinhard setzt sich gut durch und schickt Kiesling. Aber wieder sind zwei Verteidiger da. Nein, Sonnen. Schöner Pass auf Kiesling. Und ganz starke Parade von Ralf Fehrmann. Da war sie doch die erste richtig große Chance in diesem Spiel. Für wen denn auch sonst als für Stefan Kiesling. Fehrmann kommt klasse raus. Macht sich ganz, ganz breit. Und schafft es hier, das 0 zu 1 zu verhindern. Schöner Pass davor von Reinhard auf. Den Top-Tor-Jäger. Cialanoglu. Ah ja, dazwischen. Ah ja, entklärt. Geht hier auch noch mal sicher. Ja, wie schon erwähnt, beide Teams befinden sich aktuell bestimmt nicht da, wo sie sich gerne befinden würden in der Tabelle. Aber das kann sich ja alles noch erinnern. Wir haben ja erst den neuen Spieltag. Und jetzt kommt vielleicht mal Schalke mit dem jungen Max Meier. Gegen Spahic. Meier. Ja, behält den Ball. Bringt er auch die Flanke. Ja, in den Hintergrund auf Höger. Wunderbar rausgespielt. Und da ist die Führung für die Königsblauen. Das ist klasse gemacht vom jungen Max Meier. Der da den Blick hat für den heranstürmenden Marco Höger. Er flankt nicht auf einen der zwei, die da schon im Strafraum sind. Nein, er flankt in den Rücken der Abwehr, wo Höger heraneilt. Und er macht das dann stark. Muss sich lang machen. Muss da noch rein grätschen, damit er an den Ball kommt. Und macht das super, die Führung für Schalke nach 18 Minuten. Das ist jetzt, ja, da kann man immer schwer von verdient oder unverdient sprechen. Schalke hat hier bislang vor allem defensiv einen tollen Job gemacht. Das war jetzt die erste wirklich gute Chance für Schalke. Die Schusschance von Hünteler aus der zweiten Minute muss man jetzt nicht unbedingt mit anrechnen. Aber, ja, Führung für die Königsblauen auf jeden Fall. Und das war wirklich wunderbar gemacht, vor allem vom jungen Max Meier. Und da kommt es schon wieder. Chubomo Ting in der Mitte. Hünteler, Chubomo Ting gesucht. Wieder Max Meier. Über alle hin drüber. Draxler, hinweg meine ich, nicht hin drüber. Draxler versucht es nochmal. Hünteler. Ui, den kann man machen. Leverkusen muss aufpassen in dieser Drangphase. Herr Schalke, dass jetzt hier nicht gleich ein zweites Tor hinterherkassieren. Chalano Blue. Höger, Höger macht das gut. Ach, der passt dann aber ungenau. Toprak dazwischen. Hünteler holt sich den Ball wieder. Stark gemacht. Draxler. Schalke scheint von diesem Tor ziemlich gepusht worden zu sein. Reinhardz. Oh, lässt sich da wie von einem, wie ein 13-Jähriger den Ball abnehmen. Und das ist nicht gerade souverän. Bellarabi. Aber Reinhardz meinte ich, hätte ich gerade gesehen, sei auch angeschlagen. Ich weiß nicht, ob da was Härteres ist und von wann das war. Draxler schickt Chubomo Ting. Schöner Pass. Chubomo Ting. Eieieiei, den muss er machen. Die große Chance für Schalke in der 26. Minute zum 2-0. Ganz, ganz toller Pass von Höger auf Erik. Maxim Chubomo Ting. Die Führung. Hätte er hier gerade deutlich ausbauen können. Oder um ein Tor halt ausbauen können. So, es gibt tatsächlich den Wechsel bei Bayer Leverkusen. Ich vermute, dass Reinhardz rausgehen wird, wenn wir hier gerade Karin Bellarabi sehen. Ne, Öztunali. Nein, doch, Reinhardz geht raus. Für ihn kommt Öztunali. Er hat sich da tatsächlich verletzt. Ich weiß nicht genau, bei welcher Situation eventuell bei der Flanke. Gerade eben, wo mehrere Leverkusener zum Boden gingen. Das kann ich nicht beschwören. Oh, katastrophale Ballannahme hier von Lars Bender. Aber er macht seinen Fehler wieder gut. Chubomo Ting dazwischen. Viele, viele Defensivfehler gerade bei den Schalkern. Vor allem ganz leichte Fehler wie Annahmefehler oder ganz, ganz schwache Fehlpässe. Draxler. Versucht sie bei außen. Versucht sie mit Jettweit aufzunehmen. Ja, ist schneller in der Mitte. Max Meier. Oh, Draxler wartet viel zu lang. Läuft da mit dem Ball ins Aus. Schade, sah gut aus. Hatte dann aber eher schwach ausgeführt. Neustädter. Ja, schlechter Pass. Aber sie können da gerade fast davon ausgehen, dass sie den Ball innerhalb von Sekunden von den Leverkusen zurückbekommen. Draxler. Das Team von Roger Schmidt findet hier überhaupt nicht ins Spiel rein. Sie hatten ganz gute Ansätze bis zum 1-0. Und jetzt sind die irgendwie weg. Und jetzt müssen sie wieder aufpassen. Chubomo Ting. Entschuldigung vielmals. Da musste ich gerade ein kurzes Päuschen machen. Da haben wir sogar hier diese Schalker-Shows verpasst. Wie auch immer ich die gerade noch zustande bekommen habe. Ui. Okay, Eckball für Schalke. Tut mir leid. Ich war jemand an der Tür. Da musste ich kurz aufmachen. So, jetzt geht es aber weiter. Meier mit der Ecke. Aber die sind heute noch nicht das wahre. Wieder über alle hinweg. Direkt ins Aus. Die sind heute noch viel zu weit. Bänder. Schön dazwischengegangen für Draxler. Höger. Höger. Marco Höger. Der macht ein tolles Spiel. Jetzt sieht er Chubomo Ting. Nein, es ist Ushida. Ushida probiert es auch. Aber ne. Da kommt dann mal wieder der Rechtsverteidiger. Ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Raus. Ja, da kommt der Rechtsverteidiger raus. Genau. Ungenaust du. Spiel. Ushida kriegt den Ball. Ja, wie gerade schon erwähnt. Die Leverkusener wirken hier ein bisschen gelähmt. Seit dem 1 zu 0. Wir kommen nach vorne nichts hin. Und müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht irgendwann das 2 zu 0 bekommen. Weil Schalke scheint nicht weiter von weg. Hüntelar gut verteidigt. Kiesling. Ushida. Ach, Quatsch. Ich gucke auf die falschen Namen. Son. Schön. Dazwischen von Höhe des Chubomo Ting. Super. Boah, setzt sich da fast gegen 2 durch. Jetzt Tunali, der neue Mann. Verliert den Zweikampf. Hüntelar. Schickt. Wunderbar. Mal Draxler. Max Draxler. 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 Draxler versucht mit dem Lupfer. Schießt auch, Junge. Er versucht ihn drüber zu lupfen. Und Leno ist da. Schubomo Ting. Die nächste große Chance für die Schalker. Das gibt es da nicht. Schubomo Ting. Versucht er wieder direkt in den Strafraum reinzupreschen. Vielleicht jetzt mal die Kontermöglichkeit für die Leverkusen. Als Tunali ist Son. Nein. Neustädter hält ihn zumindest mal vorerst auf. Und dann geht es wieder zurück. Und dann ist der Angriff auch wieder verbufft. Als Tunali. Ja, doch. Vielleicht nochmal die Chance jetzt. In der Mitte Kießling. Von hinten kommt Ushida. Als Tunali immer noch am Ball. Aber der Schuss dann mehr als dürftig. So. Noch eine gute Minute bis zur Pause. Schalke wirkt hier in den vergangenen, in der vergangenen halben Stunde seit der Führung. Oder ja, genau. So ziemlich 30 Minuten sind seit der Führung ja fast vergangen. Wirkt Schalke hier drückend überleben. Überleben. Alter, ich rede heute an. Direkt tut mir leid. Drückend überlegen. Vor allem durch ihn hier. Durch den Klasse Max Meier hier. Der spielt eine ganz, ganz tolle Partie. Meier. Und holt hier sogar noch eine Ecke raus. Die dritte. Das Einzige, was er heute noch nicht kann, sind seine Ecken. Mal sehen, ob es diese besser wird. Wieder Meier. Und Höwedes. Da war sie doch mal gut. Und die Chance für den Weltmeister hier. Per Kopf. Ja, Leverkusen muss dringend was ändern. Sie liegen aber hier auch erst 1-0 hinten. Also da ist nun nichts passiert. Also passiert es schon was. Aber noch nichts gravierendes. Aber hier setzt sich Hüntela gut durch. Hüntela. Seine Schusschancen heute bislang eher überschaubar. Zwei Fernschüsse, die beide jetzt nicht wirklich gefährlich waren. Leverkusen wirkt in dieser ersten Halbzeit eigentlich unfähig, ein Tor zu erzielen. Keine wirklich gute Chance. Lediglich die Großchance von Kiesling vor dem 1-0. Danach keine Chance mehr. Jetzt vielleicht nochmal. Jetzt schön gemacht. Bänder, Bänder, Bänder. Kiesling. Ui, 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 ui. Da steht er am Elfmeterpunkt und schafft es nicht den Ball ins Tor zu hauen. Oder zumindest mal aufs Tor. Hui. Eine Szene, die für die erste Halbzeit der Leverkusener spricht. Jetzt ist Pause. Ein absolut verdientes 0-1 für die Schalker. Und ich würde sagen, nicht große Rumreden. Direkt weitermachen. So, 2. Hälfte. Beide Teams unverändert. Die Matteo hatte keinen großen Grund hier, was in seinem Schalker-Team zu ändern. Roger Schmitz war er, aber der hat auch schon mal gewechselt heute. Vielleicht wollte er sich noch eventuell zwei Optionen offen halten. Schalanobu und Kiesling. Und Schalanobu, die scheinen mit ordentlich Feuer aus der Pause gekommen zu sein. Uchi, da macht es gut. Aber Ball immer noch bei den Leverkusenern. Neustadt erklärt. Und Huntela. Huntela. Immer noch Klaas-Jan Huntela gegen Spahic. Bringt die Flanke noch rein. Da ist Max Meier. Nein, Ball kommt nicht an. Und jetzt gibt es Elfmeter. Elfmeter für Schalke. Handspiel hat der Schiedsrichter hier gesehen. Ich dachte, das ist auch ein Moment hier bei Ömer Toprak. Wir gucken uns das natürlich noch mal an. Na, wo war es? Hier. Ne, so, hier kommt der Ball. Dann springt Toprak hoch. Ja, und da hat die Hand da oben nichts zu suchen. Korrekte Entscheidung. Elfmeter für Schalke. Das ist bitter für Leverkusen. Sollte der jetzt reingehen. Schupo, Mutting. Schupo, Mutting. Und 2-0. Ganz sicher verwandelt in die rechte Ecke. Also in die rechte Torwart-Ecke. Sicher gemacht. Und das ist bitter für Leverkusen. Die schienen hier nämlich einigermaßen motiviert, aus der Pause rausgekommen zu sein. Und dann gleich so ein Gegentor. Dumm. Wirklich dumm. Aber hilft ja nichts. Toprak hat Toprak sehr sicher verwandelt. Diesmal hat er letztens seinen Elfmeter noch ziemlich arrogant in die Mitte gelupft. Darauf hat Leonow, glaube ich, auch spekuliert, dass er das nochmal macht. Er tut es nicht. Er verwandelt sicher 2-0 für die Schalker. Giesling. Ich hätte gedacht, der steht im Abseits. Aber ist dem wohl nicht so. Bellarabi. Von dem noch gar nichts zu sehen ist heute. Aber von welchem Leverkusener war schon wirklich was zu sehen. Bislang Schupo, Mutting. Ah, Ballverlust. Letztin Ali. Und der weite Ball auf. Son. Der kommt gut. Son. Und Höwedes kommt. Ecke. Stark gemacht. Sowohl von Son als auch von Höwedes. Ecke. Bellarabi. Jetzt vielleicht mal. Bellarabi. Kiesling. Und jetzt. Jetzt gibt es Elfmeter für Leverkusen. Nochmal ans Spiel. Also das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber das ist ein schönes Beispiel mal wieder für FIFA 14. Wie oft es hier Dreckshandelfmeter gibt. Und ja, es ist immer noch FIFA 14. Es tut mir leid. Ich habe kein Geld. So. Wir gucken es uns an. Hier kommt der Ball. Jawohl. Das ist genau die gleiche Szene wie gerade. Und die Chance hier für Kiesling. Alles wieder gut zu machen. Kiesling. Kiesling. Und Fehrmann hält. Ralf Fehrmann hält den Elfmeter. Und hält die 2-0 Führung für Schalke. Uiuiuiui. Was ist mit Stefan Kiesling los? Heute trifft er nicht einmal vom Punkt. Da müsste man mal gerade nachgucken, ob Kiesling schon mal einen Elfmeter verschossen hat. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Und die Schalker drücken direkt wieder dagegen. Csupomutting. Der Mitte. Meier und Huntelaar. Wie immer bislang heute. Die Flanke kommt nicht wirklich rein. Sie kommt gar nicht. Ei, ist das bitter. Ist das bitter. Da haben sie hier die große Chance, zumindest mal wieder den Pausenstand herzustellen. Und dann hält der Ralf Fehrmann diesen Elfmeter so spektakulär gut. Der war nicht schlecht geschossen. Tabrak. Ach Quatsch. Csupomutting meine ich. Oh, Csupomutting. Was macht der denn da? Grätsch da rein, obwohl der Ball schon weg ist. Ja, da kriegt der Geld. Das ist okay. Das ist völlig korrekt. Wir sehen uns das nochmal an. Hier der Ball ist in diesem Moment weg. So, jetzt ist er weg. Und der Grätsch schaut sich noch rein. Ja, da gibt es Schiedsrichter, die würden eventuell schon einen roten Karton ziehen. Aber ja. Ich glaube, mit Gelb ist er da ganz gut bedient. War halt etwas übermotiviert. Ah, Ball kommt nicht an. Spice. Jetzt hier nächstes. Foul und Gelb gegen Huntelaar. Das finde ich jetzt auch ein bisschen überzogen. Ja, also dafür Gelb ist überzogen. Das ist absolut unverdient. Tut mir leid. Das ist gleich wie Ushida nach vier Minuten. Schiedsrichter hier pfeift wirklich sehr, sehr kritisch. Talanoglu. Na, Ball, ja, Ball weg. Und Draxler. Und Ball kommt nicht an. Und Leverkusen direkt wieder nach vorne. Sie müssen halt aufpassen. Sie müssen früher oder später aufmachen, um hier noch was zu holen. Und dann müssen sie auf die Schalker-Konto aufpassen. Wie den hier. Und der ist schon mal... Nein, Leno ist da. Leno ist da. Sicher gemacht vom Keeper. Und ich würde sagen, es ist mal Zeit für den ersten Wechsel. Bei Schalke. So, wir bringen Sam für Typo-Moting. Der wirkt mittlerweile ein bisschen übermotiviert. Obwohl er ein gutes Spiel gemacht hat. Das muss man sagen. Abseits. Ja, ja. Er stand Hüntela noch relativ weit hinter dem... Ja, ja. Komm, können wir uns hören. Der Städte sparen. Das glauben wir dem Unpartei schon einfach mal. So, jetzt der Wechsel. Sidney Sam kommt für Erik, Maxim, Typo-Moting. Typo-Moting, gutes Spiel gemacht. 1-2, äh, 2-0 gemacht. Immer wieder gute Chancen gehabt. Und wird es vermutlich tatsächlich... Ja, Moment. Wir gucken uns das jetzt erst an. Nein, keine Chance. Sidney Sam tritt jetzt hier offiziell gegen seinen Ex-Kluban. Ist, glaube ich, auch... Boah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ist der nur ausgeliehen? Oder hat Schalke den diesen Sommer gekauft? Ich wüsste es gar nicht sicher. Draxler. Julian Draxler. Diesmal kriegt er den Ball wieder nicht rein. Was ist denn los? Er wartet heute bei seinen Flanken viel zu lang. Das Ende zwangsläufig immer in einem Abstoß. So. 25 Minuten. Und jetzt mal ein schöner Pass auf. Chalanolu, gut. Chalanolu. Und der Nachschuss. Und jetzt ist er drin. Kiesling macht's. 68. Minute. Anschlusstreffer. Und hier geht die Hauptarbeit dieses Treffers. Geht aber auf den tollen Pass zurück, der Chalanolu hier zugute kam. Wir gucken mal, ob wir die Szene so weit kriegen. Nein, wir kriegen sie nicht. Deswegen gucken sie mal an. Wer war das hier? Hier, Son Heumind. Son, gucken sie mal an. Wunderbar. Über drei Mann drüber gelupft. Er scheitert dann. Fährmann. Ja, und Kiesling hat dann natürlich keine Probleme mit dem leeren Tor. Anschlusstreffer für die Werkself. Es lag jetzt nicht unbedingt in der Luft. Aber man muss so sagen, sie wirken in der zweiten Hälfte natürlich deutlich aktiver als noch im Durchgang 1. 20 Minuten haben sie noch. Gute 20 Minuten. Und ich würde sagen, Schalke muss aufpassen. Nuschida. Und der hat schon gelb. Und der hat schon gelb. Und der fliegt. Oh, 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 oh. Ganz unnötiges Foul hier von Nuschida. An der Mittellinie. Ja, da verschätzt er sich ein bisschen erwischt. Son voll am Bein. Und das ist jetzt natürlich die Doppelbestrafung für Schalke. Anschlusstreffer. Und auch noch einer weniger. Da müssen wir jetzt natürlich gleich was tun. Ich kann schlecht ohne rechten Verteidiger spielen. Dann nehmen wir dafür Neustädter raus. Und bringen... Wen haben wir? Ach, scheiße. Ich habe nur einen linken Verteidiger oder einen Martip. Ach, bringen wir Fuchs. Der kann auf beiden Seiten spielen. Behaupte ich jetzt mal. Dumm, dumm für Schalke. Gut, gut für Leverkusen. Son. Son setzt sich gut durch. Immer noch Son. In den Strafraum. Son. Und die Flanke auf. Kies legen. Ball komme ich an. Ich glaube, die Schalker sind jetzt doch ein bisschen verunsichert. Ob diesem Treffer und der Unterzahl. Das waren jetzt natürlich von der Zeit her zwei eher dumme Momente. Oder das heißt, der zweite war relativ dumm. Direkt nach dem ersten. Das war auch ganz professionell gesprochen. Muss der Abschluss geben. Ja, aber zuerst der Wechsel bei Leverkusen. Wir gucken es uns an. Spahic. Äh, nee. Jertwald geht. Für ihn kommt Donati. Positionsgetreuer Wechsel. Und Neustädter, wie gesagt. Jetzt draußen für ihn Christian Fuchs. Damit Scheike im defensiven Mittelfeld einer weniger. Und dafür wieder in der Verteidigung komplett. Huntelaar. Klaasian Huntelaar. Macht das gut. Setzt sich da gut durch. Da sollten wir so langsam vielleicht mal hingehen. Huntelaar. Und Lena. Eieiei. Nächste Chance für Max Meier. Per Eckball. Besser als zuvor. Aber immer noch nicht wirklich gut. Ja, Ball springt Sam in die Hand. Sam. Sam an die Hand. Gibt den Freistoß. Für Bayer. Wer wird das? Ha, nächster schneller Fehler im Aufbauspiel. Der Ball kommt an auf Kiesling. Und mit Vereinkräften. Schafft es die Schalker Defensive, den Ball hier irgendwie wieder zu klären. Aber direkt der Abwurf. Was für eine Katastrophe von... Ja, und Tor. Und diesen Treffer, das 2 zu 2 in der 77. Minute, der ist fast verdient, muss man sagen. Und geht klar auf die Kappe von Fehrmann. Der Abwurf direkt auf den falschen Mann. Und dann hat Kiesling natürlich im 1-1-Duell hier 1 gegen 1-Duell kein Problem. Und da ist er doch, der Ausgleich für die Leverkusener. Und jetzt muss Schalke auf einmal schon wieder aufpassen. 13 Minuten sind es noch. Und man ist einer weniger. Was übrigens in dieser Szene keinerlei Rolle gespielt hat. Sam. Sam meine ich. Mein Gott, ich kann den Namen hier aussprechen. Pass auf Draxler. Er kriegt den Ball nicht. Interessante Wendung in diesem Spiel. In der ersten Halbzeit war Leverkusen tot. Wirklich tot, obwohl sie nur 1-0 hinten lagen. Und jetzt sind sie auf einmal wieder da. Seit dem Anschlusstreffer und der roten Karte für Schalke. Neues Leben für die Werks-Elf. Und die Königsblauen müssen jetzt hier echt aufpassen. Oder kontern. Buntelaar schickt Max Meier. Der hat allerdings noch 2 Mann vor sich. Ja und verliert auch den Zweikampf hier. Buntelaar gewinnt das Kopfball-Duell. Spic. Was war jetzt? Naja, egal. Jetzt gibt es hier auf jeden Fall mal den nächsten Wechsel bei Leverkusen. Und zwar kommt... Ich kann den Nummer nicht entschuldigen. Der Rimmitsch kommt für Schalanogu. Noch ein Stürmer für einen offensiven Mittelfeldspieler. Bin gespannt, ob sie jetzt auf die... Ja, werden sie vermutlich auf die Doppelspitze ausbauen. Also Robert Schmidt geht hier jetzt noch voll auf Sieg. Das hätte man Ende der ersten Halbzeit auch nicht gedacht, dass das heute noch möglich ist. Belaravi. Sam dazwischen. Meier... Nein. Leverkusen stehen auch jetzt viel besser organisiert in der Defensive. Und der nächste gute Pass auf Kieslinge, aber ein bisschen zu weit. Fehrmann ist da. Draxler und Aogo. Aogo. Ja, versucht da Hüntela zu schicken, aber der Pass ist eine Katastrophe. Da kann der Holländer unmöglich rankommen. Max Meier, gute Aktion, aber der Ball bleibt trotzdem bei den Leverkusen. Dann jetzt mal Hüntela. Guter Ballgewinn. Hüntela, was macht er? Probiert es direkt, aber aus dem Winkel. Kein Problem für Bernd Leno. Das hätte jetzt hier fast die Chance sein können, nochmal für die Schalker Führung. In der Mitte wäre Max Meier zumindest bereit gewesen. Draxler. In den letzten Minuten zieht Schalke nochmal ein bisschen das Tempo an. Draxler. Julian Draxler. Was für ein Pfund. Leno lässt klatschen und Toprak köpft sicher zurück zu seinem Keeper. Wendel. Kommt Leverkusen auch nochmal zum guten Angriff. Drimic. Drimic. Wer das kommt, kann den Ball hier nicht wirklich klären. An die Flanke kommt. Hinten ist Kiesling. Auf Son. Son. Sieben Minuten vor. Sieben Meter vor dem Tor. In der letzten Minute alleine. Den kann man schon mal aufs leere Tor bringen. Große, große Chance. Also auch nochmal für Leverkusen. Meier. Auf Draxler. Und Ball weg. Was für ein Spiel. Hier kann es gerade zu beiden Seiten kippen. In diesen letzten Sekunden. Son. Setzt sich gut durch gegen zwei Mann. Drimic. Fuchs dazwischen. Eingriff Leverkusen. Und Bender. Oh. Und Ball bei Fehrmann. Jawohl. So. Jetzt müsste dann auch Schluss sein. So langsam. Jetzt ist Schluss. Tja. Ein mehr als verdientes 2 zu 2. Das muss man ganz ehrlich sagen. Selten ein so verdientes. Alles unentschieden gesehen. Die erste Halbzeit war Schalke klar besser. Leverkusen fast lethargisch. Aber die Werkself kam toll zurück. Hat sich nach und nach gebessert. Den Rückschlag von 2 zu 0 verkraftet. Und dann den Anschlusstreffer erzielt. Und anschließend die rote Karte für Schalke genutzt. Um dann auch noch das 2 zu 2 zu machen. Letztendlich also sehr sehr verdient. Ich danke fürs Zugucken. Und hoffe wir sehen uns nächste Woche dann beim 10. Spieltag wieder. Mit welcher Partie? Das könnt ihr gerne entscheiden. Schreibt das in die Kommentare. Was glaubt ihr wie dieses Spiel hier Leverkusen gegen Schalke ausgeht heute abends? Schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Danke fürs Zugucken und bis nächste Woche. Tschüss. Bye bye. ¡Sus校 von infrared!